Der Tag ist gekommen. Na dann, schöne Frau. Wo soll's hingehen? Drummen Sie und verbringen Sie den Herbst Ihres Lebens in einen indischen Palast. Rundbögen und sonnengeschützte Balkone. Das ist ein Luxusanwesen und alle Bewohner sind in ihren besten Jahren. Wie an der Costa Brava. Ja, nur mit mehr Elefanten. Zum ersten Mal in Indien? Ja. Dieses Land scheint viel zivilisierter zu sein, als man angenommen hätte. Möchten Sie etwas davon? Ich glaube, das heißt Alucaparata. Nein, was ich nicht aussprechen kann, esse ich auch nicht. Willkommen im Best Exotic Merigold Hotel. Da ist ein Inder drin. Dieses Gebäude ist zu 100% in einem Tip-Top-Zustand. Ich dachte mir, ich repariere es selbst. Ich will mein Geld zurück. Natürlich, Sie bekommen alles zurück. Tatsächlich? Auf jeden Fall. Ganz unbedingt. In drei Monaten, okay? Alles in Ordnung. Ich brauche nur einen Schlupf Wasser. Das war ein Gin Tonic. Das weiß ich jetzt auch. Ich habe einen Traum, Mamici. Den älteren Menschen ein so wundervolles Heim zu bereiten, dass sie sich einfach weigern zu sterben. Der Mann ist tot. Das ist die Hölle. Wie ertragen Sie dieses Land nur? Was sehen Sie, was ich nicht sehe? Das Licht, die Farben, das Lächeln, das Leben. Glauben Sie, das hier geht gut? Es wird ganz außergewöhnlich. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es auch noch nicht das Ende. Haben Sie keine Angst vor Sex in Ihrem Alter? Wenn sie stirbt, dann stirbt sie. Untertitelung des ZDF, 2020